Morgens im Wahllokal. Unser Frühstück begleitet Sie ins Büro, stillt Ihren Heißhunger zwischendurch und lässt Langschläfer ganztags wohlig wach werden. Ob warm oder kalt, süß oder herzhaft, deftig oder leicht. Mittags im Wahllokal. Novellkantin steht für Selbstbedienung und schnelle Essensausgabe in Ihrer kurzen Arbeitspause. Ehrliche, einfache Hausmannskost und raffinierte Schmankerl begeistern die unterschiedlichsten Geschmäcker. Ob groß oder kleinhungrig, fleischeslustig oder vegetarisch. Abends im Wahllokal. Wir begrüßen Sie in unserer offenen Küche bei Probierhäppchen, Showkochen und lockerem Service. Hier zelebrieren wir die gehobene Küchenkür und überraschen Sie mit köstlichen Speisen und tollen Weinen. Lassen Sie sich verwöhnen in unkonventionellem Ambiente und warmer, herzlicher Atmosphäre. Gästedemokratie im Wahllokal. Ein Restaurant wandelt sein Gesicht. Wahlzeit.